Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Minecraft! Und mit dabei sind wieder... Das war Pacman unter Bloblet2509 mit seinem neuen Skin. Also nicht neuen, der war ja schon im TNT-Game. Und natürlich den Mr.SwissDocker, der jetzt seinen eigenen Minecraft-Account hat, wie ihr seht bei mir. Genau, ich habe jetzt einen eigenen Minecraft-Account. Der hat mir der liebe, liebe, liebe Sir Pacman geschenkt. Sponsored by Green. Big Cube. Deshalb hier ein offizielles Dankeschön dafür. Kein Problem. Bitte gerne. Gut. Ich habe gerade gemerkt, dass mein Inventar, dass ich das natürlich von dir übernommen habe. Und dass mein ganzes anderes Zeug jetzt weg ist. Das heißt, ich muss mir jetzt Werkzeug machen. Ja. Oder mir einfach welches holen. Oder mir einfach welches holen. Oh. Nein. Ah, es sieht gut aus. Hey. Hier verschwinden Sachen. Ja, ich weiß, ich habe sie genommen. Ich habe sie genommen. Ich habe sie genommen. Äh. 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 Ja, ja, ich bin schon noch da. Keine Ahnung, du sagst. Hallo. Hallo. So, dann erstmal... Ah, hier ist ja noch mein Hafen. Erstmal hier ein bisschen sortieren, ne? Ja, natürlich, natürlich. Mach ich übrigens immer. Also, ungelogen. Äh. Das wo... Ja, übrigens bei mir. Äh. Ich habe ja jetzt mittendrin mal aufgehört, weil mein Sprecherplatz voll war. Jetzt seht ihr übrigens das Endergebnis bis dahin. Und wenn ihr wirklich den ganzen Vorschritt sehen wollt, wie das Haus entstanden ist, guckt bei Mr. Swistocker vorbei. Er ist in der Videobeschreibung. Und ja, jetzt könnte ich hier noch sehen. Der Mr. Swistocker hat hier das schöne Haus gebaut. Der Blobler hat hier diese Brücke gebaut. Und dieses Ding da hinten, ähm... Der Hafen, auch wenn das... Auch wenn jemand irgendwie älter ist oder so. Weil da noch ein paar Sachen fehlen, aber egal. Ja, ja, das passt schon. Also in jedem Fall hat er hier den Hafen gebaut. Der Mr. Swistocker, wie gesagt, das Haus. Und den Garten. Und hier die Schafe und Tiere. Und das Weizen. Ich habe ein Geschenk für dich. Für mich. Eine Bombe. Bleib stein, bleib stein, bleib stein, bleib stein. Komm zurück. Komm raus, komm raus. Raus. Siehst mich? Ja. Oh, ein Ein in die Fresse. Ja. 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 Ich wette, ich weiß das Geschenk. Es ist grün und macht... Bumm, wenn du ihm zu nahe kommst. Nein, es ist weiß und macht... Es ist weiß. Ja. Du hast ein Achievement bekommen, hm? Ich weiß noch, was wir letztes Mal gesagt haben. Wir haben letztes Mal gesagt, wir begraben den Garten um. Diese Aufgabe werde ich mich jetzt annehmen. Das Huhn hat ihn eingelegt. 3 Mal auf Holz klopfen. Jawohl. Sir Pacman hat einen Erfolg errungen. 3 Mal auf Holz geklopft. Applaus für Sir Pacman. Ich habe Minecraft durchgespielt. Ja. Du hast Minecraft... Ups. Sorry, ich habe unser Baby-Hoon mit einem Ei beworfen. Das tut mir sehr leid. Gib dem keinen Schatten. Eigentlich nicht, aber... Gib dem keinen Schatten. Alter, brütet euer Eier selbst auf. Jetzt ist mir das zu dumm. Ich hätte schon wieder ein Ei gelegt. Das müsstest du dir jetzt auch mal im Relay vorstellen. Oh, ein Ei! Was will ich hier um? Ach, ich weiß nicht, was ich will. Eine Ente rauskommen. Ich meine, ein Huhn. Und dann schmeißt du es einfach so am Boden. Dann haben wir einen Eimer. Ja, haben wir. Komm mal in... irgendwo. Warte kurz, ich habe einen Eimer hier. Hier hinter dir. Hier, komm mal. Hier, komm mal. Danke. Weil wir müssen das Wasser einfangen. Hui. Das ist einfach. Also ich mache mich jetzt mal an das Umgraben vom Garten. Du willst den Garten umgraben? Ja, weil der... Der... Hier so mit dem... Stockwerk und so. Das ist ein bisschen dumm aus. Okay. Ich will den Ebenen machen. Dass halt alles auf einer Ebene ist. Weil sonst... Ja, sieht das nicht so... So schnittig aus. Ja. So sexy meinst du? Der hat eigentlich den Garten angelegt. Ja. Keine von uns. Ne. Ne, der stand da einfach. Nein. Plötzlich war er da. Niemand weiß woher. Ne, ne. Das waren die Aliens. Das waren die Alien-Crupa. Was haben die Illuminaten damit zu tun? Ja, die Illuminaten. Das so ein Film im Ende der nächsten Folge. Ja, tschüss. Ne, ähm. Klatsch, ab ins kühle Nass. So, dann holen wir uns hier ein Glas Eimer, nee, ein Glas, ein Eimer Wasser, so rum. Lernen wir heute auch ein bisschen Deutsch? Ne, Deutsch ist überwertet. Genau, da sind sich die Schweizer einig. Oh, armes, armes Bloble. Armes Bloble, das Bloble. Passt ihr Auto zu ihren Sicherheiten und zu ihren eigenen Persönlichkeiten? Nein. Ihren Sicherheiten. Was fasst du eigentlich? Da kennt sie die Werbung nicht, die kommt meistens bei YouTube. Ja, YouTube, ja. Nein, dann haben sie die Arschkarte. Ne, die Werbung gehe ich echt nicht. Nicht doch. Naja, ist, ist ihr Wursch. Ich benutze ein Adblocker. Ich benutze ein Adblocker. Ich benutze ein Adblocker. Oh, du vernichtest alle Einnahmen von den ganzen YouTubern. Schäme dich. Oh, okay. Stell dich in die Ecke, in diese Ecke, wo mein Wasser steht und schäme dich. Los. Okay, bin schon dabei. Ich bin in einer anderen Ecke. Ne, zählt nur die Ecke mit Wasser. Nein. Ich habe hier aber ein Kruzifix. Was ist ein Kruzifix? Ein Kreuz. Du unwissender. Was soll das mit fix? Antichrist. Hm. Was? 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 Hat er wirklich Antichrist gesagt? Nein, nein. Antichrist. Nein, nein, Mama. Äh, haben wir hier eine Kiste mit Holz? Ja, haben wir. Ja, haben wir. Die ist ein mit dem Namen Holzkiste. Ah, ja, hier horchen wird schon wieder dunkel. Ja, das fühlt. Ja, das ist richtig. Also, also, es regnet. Juhu, Regen. Ich liebe Gartenarbeit bei Regen. Natürlich. Das ist ein Geschenk. Was ich eigentlich toll finde, dass mein Teich da hinten nicht überlaufen kann, obwohl es regnet. Ja, das ist kolonialistisch. Natürlich. Wie viele Felder bewässert nochmal ein Block Wasser? Sechs, sagst du. Der eine sagt sieben, der eine sagt sechs, ich sag fünf. Ich sag 6,5. Ja, mach einfach sein. Ja, mach einfach hier so ein Ding. Ja, 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 passt, passt. Ah, ein Schwert muss ich noch holen. Wem es nicht passte, darf ich ja den Garten nochmal umgraben. Okay. Viel Spaß. Ja, mir gefällt es ja, weil ich mache es ja. Ja, natürlich. Und ich würde sagen, ja, wobei, so lange nehmen wir nicht auf heute. Irgendwann müsste sich auch dann noch einmal jeder ein Haus, ein eigenes Haus bauen. Oh, du willst uns nicht in deinem Haus haben. Oh, ein Blitz. Es blitzt. Und das heißt, wenn das irgendwo in unser Haus einschlägt, dann fängt unser Haus Feuer. Das ist ja, es ist eine Chance, dass es passiert ist, voll klein. Es ist nur eine Chance, dass es in uns eben die eigene Flisse, ähm... Was ist da, was ist da, ist da, ist da Glas zersplittert? Nein. Hä? Ja, klar. Was geht? Geht's am Zerstören. Alles. Hier ist ein Zombie. Schlag wie? Ja, um... Schlag in den ins Gäste. Ich schläge ihn ab, ich schläge ihn ab. Was willst du tun? Ich schläge ihn ab. Ich schläge ihn ab. Was willst du tun? Ich schläge ihn ab. Hä, warum baust du dein Ding ab, dein Heuch? Warum machst du das Ding wieder kaputt? Weil Scheiße ist. Warum schlägst du dich nicht? Oh, ein bisschen, aber... Jetzt bekommst du eine Ohrfäcke, ich sag's. Okay, komm, komm. So verschwendet man erfolgreich hochwertiges Holz. Das direkt abfällt. Ich brauch's den, ich brauch's den wieder ab, Alter. Warum baust du das alles ab? Dann verschwendet man so halt hochwertige Zeit. Aber nein, Bloppy, warum baust du das alles ab? Alles verschwindet. Nicht Schweizerdeutsch, Mann. Das war voll geil. Was ist denn noch mal ein? Das ist schon geschehen, er aufs Schweizerdeutsch. Jetzt bekommst du eine richtige Ohrfäcke in den Nacken. Hier. Ich will zuschauen, wie er stirbt. Schlag mich nochmal, schläge mich nochmal. Ach, Mann. Ja, komm. Ja, komm. Ich muss zuschauen, wie er stirbt. Yeah. Vielen Dank. Ach, Mann. Ja, hu, ich hab ein Items. Ja, hu, ich hab ein Items. Ihr seht schon, also, das Niveau in diesem Let's Play ist unermesslich. Also, man kann sich vor lauter Erwachsenheit kaum mehr am Stuhl halten. Ich muss mich vor der Aufnahme auch anbinden, sonst würde ich jetzt hier am Boden rumlungern. Sonst fällst du doch auf die Fresse. Ne, auf den Hintern. Ja, außer so. Wer zum Geier hält sich schon an einem Stuhl fest? Hu, Stuhl, ich halte mich fest. Ja, ich, 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 ich rede mit meinem eigenen Minecraft-Avatar, deshalb, ähm, ja. Ja. Ja, kein Problem. Achso, mit deinem eigenen Minecraft-Avatar, der mal meins war, der von dir gesponsert wurde. Genau, das, was du richtiger kannst. Ähm, zur Deutung gesponsert und keine Minecraft-Avatar. Ja. Also, du. Okay. Oh, lol, jetzt. Er macht mein Feld kaputt. Jawoll, diger Hund. Verbrennt ihn. Geht das eigentlich hier auch noch? Hm. So, dann geht das nur, weil es regnet. Ja, noch zwei Diamanten, wir können uns ein, ähm, Diamantschen holen. Ja, genau, mach jetzt zwei Diamanten, zwei hier ja, genau. Ja. So, wenn irgendein anderes Buch jetzt noch das Bedürfnis hat, ein Ei zu legen, soll er es bitte jetzt tun. Haha. Ohne Schweigen. Haha. Oder weben und weben. Oder seinen Hintern zum Schweigen bringen. Ja, du dumme Schaf, lauf mir ins Ei. Irgendwas habt dumm gemacht. Du dumme Schaf, lauf mir ins Ei. Du dumme Schaf, lauf mir ins Ei. Was? Die Baustelle. Hahaha. Checkt sonst noch irgendwer nicht wieso, dass die Zweitellösigkeit einen drunterlachen? Hahaha. 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 Halt der Kling. Achtung, Zombie. Hahaha. Hahaha. Was ist das? Was ist das? Was ist das Vorstellung? Hahaha. Hahaha. What the fuck? Ich check... Ich hab... Ja, ich sag ja Achtung, Zombie. Hahaha. Mein Gott. Wieso lacht ihr? Haben sie verschonten irgendwie? Ich verstehe überhaupt nicht, was so lustig ist. Hahaha. Es hat wieder ein Ei gelegt. Hahaha. Ich weiß schon wie die Folge heisst. Du dumme Schwein, lauf mir durch die Zeit. Hahaha. Wie das jetzt getan hat? Hey. Er hat wieder ein Ei gelegt. Alter, rühst selber aus. Ganz im Ernst. Also Pegman, wie ist das so gelacht? Was? Ja. Leute, habt ihr Bock, irgendwann mal noch heute schlafen zu gehen? Ja, natürlich. Ne. 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 Nicht so. Nicht mit den Typen. Ne. Ne. Das geht nicht, Alter. Wie ist das? Erzähl sie mir mal. Wie ist ein bisschen geschlagen und dann... So. Meine lieben Kühe. Kommt zu mir. Ich habe wertvolles, leckeres, schmackhaftes Weizen. Erzähl sie mir. Oh, Nach... Das ist Nachzucht. Ich sorge für... 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 Nachkommen. Der... Der beschränkten Art. Irgendwie ist das gelacht, sag. Ja, hör dir das mal an. Dumme Schwein, lauf mir nicht ins Ei. Ich habe gesagt scharf, aber auch wurscht. Ah, scharf. Ins Ei. Ins Ei laufen. Ins Ei rennen. Ne. Oh, Gürtten. Hahaha. All... Alter. Oh, das ist einfach nicht ein Ei. Oh, mein Ei. Monsters? Ah, die Mama. Oh. Wer bringt ihr die Monster mit, eh? Kommt ihr auch schlafen? Wo ist das? Wo ist das Essen? Wie ist das? Die Monster sind auf unserem Dach. Die Monster sind auf unserem Dach. Die Monster sind auf unserem Dach. Hey, kann ich abschlagen. Schlafen. Ja, viel Spaß. Oh, nee, ich kann es schaffen. Hahaha. Hupen geschlagen hier auch. Oh. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Was ist das? Hier kommt zu deinem Ei. Ohja. Ja, ich kann es nicht. Ja, lebt euch schwulen Fantasien. Lure, die wird es Play aus. Oh, Hupen kann ich schlafen. Ich will echt ernsthaft mit denen in einem Haus wohnen, ich glaube ich spinne. Gebt mir mein Bett wieder aus oder was? Was ist meins? Fickt euch Monster, dann geh ich halt arbeiten. Du wirst doch bei uns schlafen gehen, guck mal. Okay, schnell, 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 bevor ich die... Ich muss echt mit den Typen in einem Raum schlafen. Oh man, es geht auch hier nicht. Komm jetzt einfach rein, du! Es stinkt nicht! Es geht nicht! Es wird gehen! Schlafen! Schlafen! Schnell, schnell raus hier! Es stinkt nicht! Schlafen! Es stinkt doch frisch! Schlafen! 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 Oh mein goodness! Und mit dem würde ich in Formel 1 beschreiben. Du hast es doch nicht so gelacht, oh mein goodness, du! Schlafen! Ich leuchte immer noch aus! Wo machen wir das Glas rein? Ähm... Für was, wo? Ich hab das gerade beschlossen, ich mach's bei die Versys rein. Ach so, ja, ja. Ähm... Übrigens, Leute, für die Abonnenten... Ähm... Ich und der Sir Pacman werden dann wahrscheinlich... Da kommt ein Blobler hergeschlagen... Ähm... Bald mal Formel 1 2013 Let's Play zusammen durchführen. Ähm... Deshalb, ja... Stay tuned! Ja, natürlich. Für diejenigen, die gerne Formel 1 gucken, oder... Spielen, oder whatever. Ja, oder allgemein Rennspiele mögen. Ähm... Ähm... Leute, da hinten... Könnt ihr euch noch an die schöne Höhle erinnern, die ich letztes Mal entdeckt habe? Ja, das war von 1996, aber ja. Wollen wir die mal erkunden gehen? Hm... Blobler, ist das nicht die Höhle, die wir schon durchge... äh... durchgeguckt haben, oder...? Ja, die haben... Die haben wir gar nicht durchgeguckt. Ja, du nicht, aber ich und Blobler. Ähm... Na gut. Dann... Dann halt nicht. Ähm... Ich geh jetzt ins... Lord. Ich hab's da reingetan, wetten. Ja. Wer hat das ganze... Die ganzen Hühner und so mitgenommen? Ja. Hä? Wo Hühner? Hier bei dem Essen. Irgendjemand hat die ganzen... Höh... 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 Das kann man vorkommen. Dann werden wir jetzt ein Blobler essen. Höh... Höh... Ein Blobler essen! Könnte ein bisschen zäh sein, aber... Mh... Ich bin ein Blobfisch, das... Ich schmecke geleeartig. Geleeartig? Okay. Nähere Details bitte nicht im Let's Play äußern. Okay. Dann ist das gut. Versteh ich nicht. Doch. Das ist... Brauchst doch nicht. Ich werd's dir nachher erklären, ist das in Ordnung? Jaja. Okay. Dann wenn niemand zuhört und wir alleine in dem dunklen Raum sind. Höh... Höh... Alter... Also ich werd mir jetzt Holz suchen gehen und das ist nur für MEIN Haus, damit ich von diesen zwei... Ähm... Pädophilen? Tieren wegkomme. Aha, aha. Ich wollte jetzt auch mein eigenes Haus bauen. Nein, ich wollte... Ich wollte auch gerade mein eigenes Haus bauen. Ja, dann baut euer eigenes Haus. Also ich hab jetzt genug Holz wegen mein... ähm... meinem Teil hier. Ja, ich weiß genau hier vor... ähm... Mrs. Mills Zockers Hütte. Wegen meiner Unzucht hier, die ich beflieben bin. Äh, Blobler, guckst du bitte auf die Uhr? Und so. Oh. Oh shit, seid doch auch die Tage vorbei. Äh, ne, schon seid, äh, ungefähr 19 Minuten vorbei, aber... Oh, okay. Ja, da muss ich wohl... Irgendwas hat Boom gemacht. Boom. Irgendwas hat Boom gemacht und ich hab irgendwie Schaden bekommen. Hm. Ich... Ich zippe auf Creeper. Bin mir aber nicht ganz sicher. Aber es hat nicht ein Loch gegeben. Ja, in diesem Falle war der Creeper wahrscheinlich im Wasser. Hm. Also, ihr wollt euch eigentlich noch eins bauen, okay? Ich bin da da durchgelaufen und da stand noch kein Creeper. Ey, äh... Geronimo... Fu! Ja, sprich einfach, die haste den Meerer in mein Wort rein, okay, okay. Äh... So. Brrrr. 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 Also, äh... Mit Sister Con Pac-Man. Ähm, keiner will doch in dieses Haus einziehen, das ihr gebaut habt, oder? Was? Was? Also, ihr baut euch jetzt eigene Häuser, oder? Ja, das machen wir. Also, ich... Okay, dann gönnt mir dieses Haus, okay? Dieses da... Was? Was? Was ist mit dem, was wir jetzt haben? Das... Das gehört an mir, wenn es keiner haben will. Ja, gut, äh... Viel Spaß, ne? Ey, danke. Ich will's noch ein bisschen umbauen und so. Tu, was du nicht lassen. Äh, du willst mein Meisterwerk umbauen? Hehehe. Meisterwerk? Fah! Na, okay. Also... Au. Dummer Baum. Ey, das da... Das da hinten... Das da hinten sieht... Alter, schau das... Wenn ich da die Bäume wegfackel, dann könnte das ein... Geiler Ort werden. Wenn die Map laden würden, wär's noch geiler. Ich... Ich guck's mir mal an. Ähm... Ich sollte aber hier nicht runterjumpen wie Tarzan auf Koks. Doch. Hui, Koks, Mama. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs... Au. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wieso müssen die Bäume weiß sein? Ich... Ich mag lieber braunes Holz. Rassist, Alter. Er steht auf schwarz. Jetzt fangt das wieder an. Hehehe. Jetzt schon wieder das da. Nein, nein, passt schon, passt schon. Ähm... Da bin ich anderer Meinung. Ja, meine Meinung interessiert nur niemanden. Oh. So ungezogener Bengel. Sag ein bisschen Klausel. Oh, ich bin ungezogener Bengel. Habt ihr das gehört, Leute? Ich bin ungezogener Bengel. Wie alt bist du? Wie alt bist noch mal Bloble? K.A. Hab's vergessen. Alzheimer. In dem Falle schon sehr alt, ne? Ja. 7,89. Mhm. Ah nein, das war ja eine andere Größe. Das war ja kein Alter, das war eine Größe. Kein Alter für ne... What the fuck? Kein Alter für ne Größe? Was war das du? Nein, nein, nein. Das war kein Alter, sondern eine Größe. Also ein... Ja. Also ich hab... Passt schon, passt schon. Passt, passt schon. Ähm... Nein! Ich hab hier ne Schlucht gefunden. Ich... Ich könnt mich eigentlich auch irgendwie hier... Alter, das ist ein Höhlensystem. Also ein Höhlensystem ohne Decke. Ein Höhlensystem ohne Decke. Aha. Mhm. Aha. Okay. Also ich hoffe ihr seid irgendwie... ...barm Haus, weil ich weiß nie mehr wo mein Haus... ...wo das Haus war. Auch Alzheimer. Wie ist das? Und einfach nur grenzenlose Dummheit, weil ich einmal durch den... ...halben Dschummel watschel. Dschungel watschel, so rum. Dschungel watschel, so rum. Äh... Ich hab da schon ein bisschen viel geredet heute. Nene. Nene. Ich weiß nicht wo ich mein Haus bauen soll. Hey, du hast doch schon gekattet, oder? Was hab ich gehackt? Ein... Ein... Ich hab einen Cut gemacht. Nein. Ja, das wär mal dann... Nein, 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 dann sch... Dann... Dann... Dann mach ich's halt äh... ...mit schneiden und so. Glück. Du kriegst von Fraps äh... ...drei Gigabyte Dateien. Also... Nein, ich bekomm eine Datei. Dann hast du's falsch eingestellt. Eigentlich hab ich's richtig eingestellt. Du willst das so? Ja, das ist eine Datei. Dein Gigabyte Datei, Alter. Da hast du ungefähr 100.000 Dateien. Muss ich dann alles zusammen machen. Ja, passt schon. Ist ja kein... Kein Problem. Dafür muss ich nicht cutten. Nein, nein, nein. Dann ist gut. Ich... Ich... Ich krieg das schon hin. Ich schaff das. Ich bin alt genug. Mhm. Mhm. Au. 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 Au, ey. Ich will mir irgendwie ein geile Location suchen. Aber irgendwie sieht ja alles gleich aus. Also ist ja ganz, ganz weit weg. So viel... Wald. Und... Wald. Und... Wald. Mhm. Und noch mehr Wald. Ich glaub... Ich glaub du hast Wald vergessen. Und ich glaub noch ein bisschen Wald. Ja. Ein bisschen... Mhm. Ich sterbe gleich noch, wenn ich so weitermach. Wo auch kein Fokker. Hier. Ist jetzt auch, ähm, ein Hydralosower gesponsert von Pac-Man. Ja, ich bezahl hier alles. Ja. Ich bin voll ausgenutzt. Oh. Niemand mag mich sonst, wenn ich nichts bezahle. Ähm, du weißt, Mr. Swisssocker, unser Haus ist links von dir. Ja.